Hallo und herzlich willkommen, ich bin es mal wieder der Matt Jackson von Android TV mit einem neuen First für in Touch Video. Heute mal etwas ungewöhnlich, kein Smartphone und kein Tablet, dennoch ein Gerät mit Android Betriebssystem drauf. Um genau zu sein, 4.1.1 Jelly Bean und wir haben hier vor uns die Galaxy Camera mit der genauen Typenbezeichnung EK-GC100 und wie bei uns üblich werden wir mal ein bisschen um das Gerät rumgehen, bei der Kamera heute nicht ganz so viel, erzählen was was ist und kurz noch auf das Gerät eingehen. Das ist ja schon ein etwas ungewöhnliches Gerät, was jetzt hier Samsung uns auf dem Unpacked Event in Berlin vorgestellt hat. Wir haben das Gerät mal da, von der Farbe her ist es so leicht bläulich, ich weiß nicht ob man es sehen kann. Es gibt es auch noch in weiß, konnte man noch sehr schön auf der IFA sehen. Gut, schauen wir uns das Gerät mal an. Hier vorne haben wir also wie gesagt das Objektiv, die Kamera hat ein 21-faches optisches Objektiv und hier vorne haben wir noch den Belichtungsmesser, den Sensor und ansonsten haben wir hier von der Vorderseite erstmal weiter gar nichts. An der Seite haben wir hier unten den Lautsprecher und daneben, das hat mich erstmal ein wenig Verzweiflung gekostet, den überhaupt zu finden, das ist die Öffnung für das Blitzlicht, was dann hier oben rauskommt. Ich habe natürlich immer versucht den Blitz per Software einzuschalten, das funktioniert natürlich bei einer Kamera in dem Sinne nicht. Man muss sich schon ein wenig umgewöhnen, was man denn jetzt hier eigentlich nun in der Hand hat, da es ja eigentlich auch ein Zwitter zwischen einem Android-Device und einem Fotoapparat ist. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir, das ist die Verschraubung hier oben und unten, das ist die 3,5 mm Kopfhörerbuchse, daneben haben wir den Micro-USB-Anschluss, der zur Datenübertragung und zum Aufladen des im Übrigen 1650 mAh Akkus dient. Und hier, das ist so ein kleines Loch, womit man so eine Schlaufe ran machen kann, damit man den Fotoapparat gut tragen kann. So, hier unten haben wir einmal die Öffnung für einen HDMI-Eingang bzw. Ausgang. Das können wir auch mal richtig öffnen. Dann befindet sich hier drin der Akku, ich hoffe ihr könnt das sehen, hier ist wie gesagt der Akku. Daneben haben wir einen Micro-SD-Card-Slot. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, ich kann das gerade nicht so richtig sehen. Hier kommt die Micro-SD-Karte, die Speicherkarte rein und hier kommt eine SIM-Karte rein und zwar auch eine Micro-SIM-Karte. Und damit haben wir auch schon geklärt, das ist wie gesagt der HDMI-Ausgang, damit haben wir an sich auch schon geklärt, dass man mit dem Ding nämlich zwar nicht telefonieren kann, aber man kann halt ins Internet, um beispielsweise Fotos in die Cloud zu schicken oder ähnliche Dinge zu machen, wenn man unterwegs ist. Hier haben wir die Aufnahme für ein Stativ. An der Seite waren wir schon, vorne waren wir auch schon. Okay, dann kommen wir jetzt mal, ach, zur Oberseite noch. Hier ist wie gesagt die Öffnung von dem, beziehungsweise das Blitzlicht, was hier ausfährt. Daneben haben wir den An- und Ausschalter und dort ist das Mikrofon. Ja, ich hoffe, das sieht man jetzt nochmal im Licht. Und hier haben wir die Multifunktionstaste, die sich so nach rechts und links drehen lässt. Das ist also einmal lauter, leiser. Wir sehen es hier schon, plus minus, lauter, leiser. Oder im Fotomodus eben die Zoom-Funktion. Und wenn man hier drauf drückt, ist es gleichzeitig auch der Auslöser für die Kamera. Über diesen Button könnte man im Übrigen auch schnell die Kamera öffnen, also sofort in den Kameramodus kommen, wenn man hier drauf drückt. Wir wollen aber erstmal den üblichen Weg gleich nutzen und den normalen Power-Button. Und dann sehen wir nämlich auch schon das wunderschöne Display. Wir haben hier ein 4,77 Zoll, das sind also 12,1 Zentimeter in der Diagonalen, HD-Super-Clear-Touch-Display, was mit 1280 x 720 Pixel auflöst. Da wir gerade so ein bisschen in die technischen Details schon eingehen, wollen wir mal gleich noch weitermachen. Dafür öffne ich mal das Antutu, was ich hier mal habe drüber laufen lassen. Hier drin befindet sich nämlich eine 1,4 GHz Quad-Core-CPU, die doch einen recht ordentlichen Benchmark-Testwert bringt. Nach dem Test kam der Wert mit 11.932. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz ordentliche Ansage. Hier gesprochen wird bei den technischen Daten bei diesem Gerät auf der Samsung Galaxy Seite von 8 GB Programmspeicher. Allerdings habe ich hier nur 4 GB gefunden, sowohl im Antutu als auch bei den systeminternen Eigenschaftsdaten, Infodaten. Hier haben wir nochmal die Typenbezeichnung, hier haben wir nochmal die Auflösung, welche CPU, GPU. Klar, ist eine Mali. Entschuldigung, könnt ihr das überhaupt sehen? Ah, Mann, ich bin so ein Egoist. So, ja. Hier, jetzt weiter. Mali 400 MP, den kennen wir, den Grafikchip. Der ist recht ordentlich. RAM würde ich hier mal jetzt bei 756 auf 1 GB tippen. Auch darüber gibt es weiter noch keine Werte. Und hier sehen wir schon, das gute Stück hat also eine 16 Megapixel-Kamera. Damit lässt sich schon einiges anstellen. Gut, dann gehen wir auch mal jetzt, ja, ich zeige nochmal ganz kurz hier die Oberfläche an sich. Wir haben hier links und rechts zwei statische Icons. Das eine ist die Kamera. Entschuldigung. Das eine, ihr müsst mir aber auch sagen, wenn ich das Ding hier nicht ins Bild halte. Also, hier unten haben wir die Kamera. Das ist schon ein statisches Bild, äh, statisches Icon und hier die Menü. Und hier unten haben wir, also rechts an der Seite, haben wir Zurück-Taste, Home-Taste und unten die Menü-Taste. Das Ganze wandert auch, wenn ich es in Hochkant-Modus nehme, dann habe ich also diese Tasten unten. Aber die bleiben, wie gesagt, weiterhin immer auf dem Display, ja, hier unten fest. Wir haben jetzt hier eingestellt drei Screens. Man kann die aber auch noch erweitern in mehr Screens, je nachdem, wie man das gerne möchte. Ihr seht auch schon hier oben Google, also mit Jelly Bean habe ich hier natürlich auch Google Now drauf installiert. Hier dieses Icon, das habe ich nachträglich installiert. Schauen wir uns auch mal die Benutzerleiste an. Die ist recht umfangreich. Ziehen wir mal hier rüber. Mit All-Share-Cars, klar, wenn man hier drauf Fotos machen kann, dann kann man die auch super verschicken, Helligkeit und so weiter. Das hier unten, das ist von meinem Widget, meinem Battery-Widget. Und da unten haben wir die Wetteranzeige, die Wetterkarte von Jelly Bean. Also Google Now. So, hier oben mit Uhrzeit und so, da kommt man in die Einstellung. Ja, sieht ganz ordentlich aus. So, gibt es noch was zum Homescreen zu sagen? Erstmal eigentlich nicht. Gehen wir jetzt auch mal in die Kamera rein, denn das ist ja eigentlich das Wichtigste an dem ganzen Stück hier, an dem guten. So, da sind wir auch schon. Oben haben wir Batterieanzeige. Hier kommen wir immer zurück in das Hauptmenü über die Haustaste. Was ist denn los hier heute? Entschuldigt mich, es ist noch früh am Morgen. So, dann haben wir hier, dieser Auslöse-Knopf ist für den Videomodus. Hier unten kommen wir in die Gallery von den vorhandenen Fotos. Und hier kommen wir in die verschiedenen Modis, die die Kamera hergibt. So, da haben wir also einmal den normalen Auto-Modus. Dann haben wir hier einen sogenannten Bequemen-Modus, der also uns verschiedene Möglichkeiten bietet, wie wir schnell Fotos machen können. Also, bestes Foto. Man kann übrigens auch, wenn man die nicht so dargestellt haben möchte, die in so einer kleinen Gallery, die man sich so drehen kann, so eine Art Karussell darstellen lassen. Also, ihr seht schon, hier gibt es so vorgefertigte Einstellungen, wenn man zum Beispiel ein Nachtfoto aufnehmen möchte, wenn man ein Panoramafoto aufnehmen möchte, Serienbildaufnahmen, bestes Foto. Da werden da so ein paar Fotos gemacht und dann zeigt er, welches das schönste Foto ist, Porträt, bestes Gesicht. Wenn mehrere Leute auf einem Bild sind, dann macht man mehrere Bilder und kann von jedem Bild antippen, wo das beste Bild drauf ist und er fügt die dann zusammen zu einem Bild. Also, hier gibt es jede Menge tolle Funktionen. Weiter gehen wir mal zu Smart Pro. Das ist ähnlich wie eben. Hier werden also bestimmte Situationen, Lebenssituationen vereinfacht für die Einstellungen. Also, wenn man Makroaufnahmen machen möchte, wenn man was besonders Grünes hat, hier, wenn es von hinten scheint und man vorne die Silhouetten, die Person schwarz haben möchte, wenn man nachts Feuerwerk aufnimmt, Makroaufnahmen habe ich eben schon gesagt, besondere Farbfülle, ich denke mal sowas wie HDR oder sowas wird das hier sein, Bewegung, Einfrieren, Wasserfall. Weil, das sind dann, wir drücken jetzt mal eins, weil er dann nämlich auch, ihr seht es hier unten, unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie denn das Ganze funktioniert. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Modis eingehen. Im Grunde genommen erklären sie sich ja hier selber, Modus um Spuren in Wasserfällen durch lange Belichtungszeit zu erreichen. Ja, also ihr seht schon, hier gibt es jede Menge tolle Sachen, die das Fotografieren einfacher machen. Aber von solch einer Kamera erwartet man natürlich auch, dass gerade wenn sie einen 21-fachen optischen Zoom hat, dass sie ein bisschen mehr Spiele rein kann. Und da kommen wir hier in den Expertenmodus. So, und das Ding ist mal schon mal eine Ansage, ja. Also für jemanden, der jetzt gar keinen Plan hat, der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrt sein. Wir haben hier wiederum fünf Einstellungen. Einmal das S steht für Speed, das heißt also Blendengeschwindigkeit kann man hier nur einstellen. Das ist das Videokamera-Symbol. Das heißt also hier macht man Spezialeinstellungen, also manuelle Einstellungen für die Videokamera. Man kann hier natürlich auch im Automatikmodus starten. Dann haben wir hier den manuellen Modus. Hier lässt sich auch am meisten einstellen. Ich gehe einfach mal von links nach rechts, um mal ganz kurz zu sagen, was es an sich ist. Also wir haben hier die ISO, also die Filmentfindlichkeit. Daneben lässt sich im manuellen Modus nicht einstellen. Das zeige ich mal nochmal hier. In dem P, P steht für Programmmodus. Das heißt also, dieses Rad, was man hier verstellen kann, ist die Belichtungskorrektur. Und gleich daneben haben wir die Blende. Also die Blendenöffnung, je nachdem was, wie groß die Blende jetzt geöffnet ist. F 4,5, 4,0 und so weiter. Ja, was natürlich, dadurch lässt sich jetzt hier wiederum die Belichtungskorrektur nicht einstellen, wenn man die Blende... Gut, da will ich jetzt aber gar nicht so sehr drauf eingehen. Das ist dann mehr so, das Ding nennt sich auch Expertenmodus. Und das will ich gar nicht weiterhören. Nur noch kurz, hier hinten haben wir die Verschlusszeit, die verstellt werden kann. Ihr seht auch schon immer, das reagiert auch sofort. Also man kann schon sehen, wie jetzt hier, wenn ich die Verschlusszeit zu einem Fünftel erhöhe, wie hell das hier hinten wird. Und wenn ich die wieder runterdrehe, wie dunkel das letztendlich hier hinten wird. Also die reagiert auch sofort im Vorschau-Modus da drauf. So, nochmal ganz kurz. Also wie gesagt, S, habe ich gesagt, steht für Speed, also Blenden-Geschwindigkeit. Das ist der manuelle Videokamera-Modus. M ist generell für manuell, wo man die meisten Einstellungen manuell einstellen kann. P steht für Program-Modus. Und das A steht für Apatcher, also Blenden-Automatik. Ja. So, S haben wir schon gesagt, Speed, Blenden-Geschwindigkeit. So, also das sind die ganzen Einstellungen von der Kamera an sich. Das sind wirklich eine ganze Menge. Und wir haben auch schon ein bisschen damit rumgespielt, mit der Kamera. Und diesen Einstellungen, die funktionieren wirklich wunderbar. Das ist jetzt hier wirklich ein bisschen übertrieben, deswegen gehe ich mal schnell in den Automatik-Modus. Funktionieren wunderbar und machen große Freude. Sollte man aber auch erwarten. Ich weiß jetzt gar nicht, der letzte Preis lag, glaube ich, bei 5,99. Empfohlener Verkaufspreis bei der Kamera. Die gibt es ja so jetzt noch nicht zu kaufen. Wir wollen mal nochmal ganz kurz hier oben drauf eingehen. Was sie denn im Endeffekt bringt, im Videomodus, schafft sie also Full HD, 1029x1080 bei 30, 30 Frames per Second. Also 30 Bilder pro Sekunde. Das ist natürlich eine Ansage. Hier haben wir ein Mikrofon, da kann man also die Kamera auch sprachsteuern. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bitte lächeln. Sollte sie ein Foto machen. Bitte lächeln. Zack, hat sie ein Foto gemacht. Weißer Adel auf weißem Hintergrund. Sieht natürlich besonders genial aus. Dann zeige ich euch auch gleich mal, was das gute Stück hier im Gallery-Modus macht. Hier habe ich schon mal so ein paar Fotos gemacht. Ja, üblich kennt man. Man kann dann auch hier weiter hochgehen und sich alle Bilder angucken, die man so in seinem Leben schon geschossen hat mit der Kamera, Videos etc. Man kann auch den Sharecast-Modus nutzen. Man kann die Bilder automatisch gleich hochladen lassen. Das geht auch nochmal hier, dass man einstellt, wo diese Aufnahmen denn sofort hingesendet werden sollen. Also da geht eine ganze Menge noch. Auch hier bei den Einstellungen will ich euch nochmal kurz zeigen. Fotogröße, maximale Einstellung 4608 x 3456. Also schon recht ordentlich. Und hier kann man also auch noch jede Menge einstellen. Auch vorne diesen Sensor kann man im Übrigen ausstellen, der ja dann immer rot vorleuchtet. Hier diese kleine AF-Lampe. Ganz lustig, denn wenn man nicht beobachtet werden will, dass man jetzt ein Foto schießt, kann man das also aussteuern. Hier Sprachsteuerung, seht ihr schon. GPS-Tag. Also es gibt jede Menge bei dieser Kamera einzustellen. Was vielleicht noch ganz wichtig wäre, dass man also auch hier einen sehr hochwertigen Fotobearbeitungsmodus hat. Als auch Videobearbeitung. Das heißt also, wenn man unterwegs ist, kann man wirklich sehr viel und auch sehr sinnvolle Sachen an dem Foto schon bearbeiten. Wir wollen mal jetzt hier ganz schnell irgendwas abdrücken. Das ist jetzt nicht gerade zwingend sinnvoll. Aber um einfach mal zu zeigen, was die Kamera so drauf hat. Man kann also die üblichen Sachen zuschneiden, bearbeiten, Helligkeit, Kontraste etc. Also das ist schon sehr umfangreich, was die Kamera hier auch an Bearbeitung bietet. Und insofern denke ich, ist das schon ein interessantes Stück. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie wie gesagt kein, nee, abbrechen, dass sie kein, was wollte ich jetzt sagen? Dass sie, achso, dass man nicht mit telefonieren kann. Genau. Wir machen eine SIM-Karte rein, können aber nicht mit telefonieren. Sieht vielleicht auch ein bisschen albern aus. Denn das Ding, und das finde ich eigentlich wieder recht sinnvoll, wiegt 305 Gramm. Das ist schon ganz ordentlich. Macht aber auch Sinn, da es irgendwie ein hochwertigeres Gefühl an sich gibt. Ich finde, so eine Fotokamera, die muss auch ein bisschen was wiegen. Ja, nicht, dass einem der Arm lahm wird, sondern um es einfach ein höheres Wertigkeitsgefühl zu geben. Und von daher finde ich also dieses Gewicht von 305 Gramm recht angenehm. Ich habe auch hier schon so ein paar Sachen mit runtergeladen. Also so eine Sachen wie Asphalt 7 läuft hier natürlich auf dem Teil. Klar, das hat ja auch eine, naja, ich soll jetzt nicht nach einer neueren Version suchen. Ich hoffe, es geht jetzt auch gleich mal los. Mit einer Quad-Core-CPU von 1,4 GHz bringt das Ding natürlich und Jelly Bean so einiges auf den Bildschirm. Und man kann das Ding also auch nicht nur zum Fotografieren benutzen, sondern auch, um damit ein wenig zu spielen. So, das soll es dann aber auch erstmal von hier aus gewesen sein. Wir werden uns die Kamera auf jeden Fall nochmal in einem ausführlichen Test vornehmen. Und euch dann nochmal berichten, wie die sich so im Alltag macht. Wie gesagt, schaut euch den nochmal an. Schaut euch auch unsere anderen First View in Touch Videos an. Das soll es erstmal von hier aus gewesen sein mit der Galaxy Camera EK-GC100. Für Android TV euer Matt Jackson. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.